Hallo und Willkommen zurück bei The Lost Ever, der letzten Folge von heute. Ich habe ja echt gedacht, dass wir uns im Endeffekt haben. Was soll ich sagen? Wir sind schon im Endeffekt. 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 Das sieht sehr einfach aus. Ja, das ist sehr lang. Ein sehr, sehr hässlicher Aufruf. Wir können Sachen rappen, was wir da haben können. Äh, ich weiß nicht. Ich habe nicht die Aufruf. 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 Wir haben drei jetzt nicht die Aufruf. Ich habe nicht den Anfang seien. Wie wir da haben. Oh, ein tolles Papier! Da haben wir schon wieder ein legendäres Tier. Jawoll, ein legendäres Papier. Da haben wir schon wieder Grenzen gemacht. Nee, das ist wirklich sehr hart. Das ist ja auch eine Grenze. Das ist ja sehr hart. Ich bin ganz sicher. Was ist denn jetzt? Jetzt sind sie jetzt gerade. Oh, was ist denn? Das war's. Warum macht das alles kaputt? Ah, doch! Aber ist egal! Das ist egal! Ah! Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 das erfahren wir in der nächsten folge in der nächsten folge von lost enterprise bis dann tschüss